Was geht Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Footies ist mitten im Gange, wir sind mittendrin im Footies Grind, ich warte eigentlich nur noch auf die Vermarschbar-Szene. Und die Ace jeden Tag am Content droppen, jeden Tag. Gestern kam auch ein neues Pack raus, LDS, Team of the Tournament oder Footies Pack. Und einer der coolsten SBCs, ich glaube für mich des Jahres, Dejo, Kocha und Kanu. Die beiden haben wir abgeschlossen und auch getestet, das seht ihr auch im Video. Heute und dazu kommt noch der EFC 25 Gameplay Trailer. Auf den reagieren wir live auf Twitch. Und ich werde auch diese Woche EFC 25 verlosen, die Ultima Edition. Deswegen vergiss nicht mir auf Instagram zu folgen. Lasst gerne auch noch oben da, lasst gerne ein Kobi da und lasst ein Abo da. Alles drei, wer alles drei macht, schreibt einfach Hashtag Gang. So hey Leute, kocht ihr ey, bitte kocht ihr ey. Was ist das? LDS oder ein Pack mit einem Footies Pack, Team of the Tournament oder Hero. Ist das krass, ich kann es gerade gar nicht einschätzen, ne das Pack. Dynamisches Duo, Kocha und Kanu. Oha, oha. Kocha mit 99,95 Tempo. Ein SBC, aber halt ein Tots rein. Ich weiß, Kocha ist halt Ding, ne. Er ist so nicht high rated. Man sucht aktuell nur noch 99er und so, dies, das. Aber ist trotzdem eine coole Karte, Digga. Und Kanu hat Ariel Playstate Plus. Ey, sind beide krass. Ich würde auch Save-Beile machen. Ich mache Save-Beide und ich werde auch beide testen im Footies Cup, Digga. Oh, was ist das denn? Wer ist das? Target 94er. Mit 99 passen. Oha. Die hat alle passen Playstides, ne. Er kann ZM und alle passen Playstides. Ich wohne gut. GG's, Digga. Ich habe selber auf W-Basis Pics gemacht, Chat. So. Nein, ich. Ich selber. Oh, ich habe nur die Pink um Randung gesehen, Digga. Ey, warte mal. Wie viele Walk-Rots bekommen aus diesem Quack 82 Plus Pics, Digga. Oha, ich muss den hier nehmen, Digga. Boah, tut ja ein Kind. Ja, kostet nichts mehr, aber trotzdem cool. So, lad, ich bin mit, Digga. Alexander. Döner Nacho. Skippe die Alexander Garnacho. Nehmen wir noch 90. Na, ich bin viel Kier. Okay. Okay. Das war's, Boah. Finished. Boah, war trotzdem auch mal gut. Ey, Totz, bitte Totz. Ne, Toti. Toti. Lena, 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 Lena. Ah. Okay, doch. Ist schon ein bisschen verbaut, Digga. Wir gehen rein, aber Leute. Bitte Foti nehmen oder Puteas. Nein. Nein. Nein, nein, nein. It's a prank, child. It's a prank. Warte. Hat wieder ein Gepäck tot. Ich war so verwirrt. Putsis. Bankreich. TV. Galulu, Bruder. Galulu, Digga. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gulaso, Eikind, Bobby Charlton. Wie können die denn die Pepo-eировать machen? Nein, nein. Brasilien. Elv. Golazo, Golazo, Roberto Carlos. Golazo, Roberto Carlos. Nein. Ok, aufgemacht. Spanien. LV. Oh, nein, 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 nein. Kukukurella. Malamalaguela. Jamaiken. Italien. RV. Zambrotta. Ist okay, Chat. Oh, ein Foto. Nein! Hä? Hä? Ich dachte Neymar. Ich dachte Neymar. Oh, nein, da ist okay. Aha. Ah, Scheiße, genau was. Hä? Ihr habt alle gesehen, es war Gold der Hintergrund. Sogar er hat geskippt. Was war's für ein Peck-Animal-Zum-Verpackt? War das denn, Chat? Aber GG. Ach, Arrival kriegen wir alle... Uuuuui! Bessere Gegner. Aber ich weiß jetzt schon, was mich hart nerven wird, ne? Also Okocha, kein Ding hat, Digga. Kein Technik-Killer. Der fack mich so hart ab. Oh! Oh! Oh, nein! Oh mein Gott, Okocha! Oh! 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 Nee! Dumm von mir! Ey wir haben auch Tor zugelaufen. Boah, wie so ein dumm kopf. nein digga ja 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 so schnell ich kann auch eiskaltiger ich muss noch ein game machen ich kann jetzt was sagen also falls ihr Sawlord nicht gemacht habt dann könnt ihr Kano save und Kano seid billiger und das ist einfach genau die gleiche Karte oder ihr spielt Sawlord und Kano das wäre ein bisschen ehrenlos aber ihr könnt die auch rein theoretisch machen nein oh mein Gott so schön von Kano gewonnen Kano ist ja quitt Digger hallo nein 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 ich bin so ein gesperr ich hasse mein Leben Digger ich sag trotzdem ob man die jetzt machen kann oder soll muss eigentlich sogar Kano ist glaube ich 50k ja Bruder er ist Sawlord 1,96 Ariel Playstyle Porsche Playstyle das war das krasse mit Kano Kano war ohne mal beweglich für seine Größe es ist JJ Okocha ok 4 Spiele 2 Tore 4 Vorlagen 6 Scorer 4 Spiele muss ich noch immer sagen Technical wäre geil aber ich war Technical Grau ja beide Flüsse aber eh nicht so gutes Thema dann sowieso muss es ist 4 bis 0 jungen 20 21 20 21 21